Die Freizeit von Stadio! Das Trogia aus Polen. Wir sind jetzt hier vor unserem schönen Melody Hostel in Posen. Und jetzt geht es erstmal los in die Innenstadt. Ein bisschen erkunden, was essen, brauche vollschlagen und abheizen. Wir sitzen hier gerade am Old Market Square in einem polnischen Restaurant. Und es ist super schön. John singt gerade für uns und es ist super romantisch. Und ich bin sehr gequält. Musik 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 Musik